So meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Das ist nochmal so eine Kurzversion von dem langen 24-minütigen Video, das ich nämlich heute, für euch morgen, weil ich dieses Video um 9 Uhr morgens eröffentliche, in Ahrweiler war, im Katastrophengebiet. Also Ahrweiler ist wirklich ein wahnsinnig krasses Katastrophengebiet. Ich konnte mir jetzt wirklich Eindrücke vor Ort live verschaffen, die ich euch natürlich hier auch ein bisschen wiedergeben möchte. Guckt euch auf jeden Fall dieses umfangreiche, gänzliche Video an, wenn es euch interessiert. Es ist schier unvorstellbar und man bekommt es nicht auf der Kamera so rüber, wie es in der Wirklichkeit ist, weil alleine der Geruch, der Staub, der durch die Sonne, die trocknet natürlich jetzt den Matsch und den Schlamm auf den Straßen und dann, wenn die großen Fahrzeuge da langfahren, ist sehr, sehr viel von diesem Dreck staubartig in der Luft und ich habe gerade erst mal die Zähne geputzt, war gerade duschen und was du für ein Belag auf den Zähnen hast, das ist unvorstellbar. Aber wisst ihr, darüber meckere ich jetzt, aber ich sitze hier wieder abends schön in meinem Büro und die Leute, die dort unten leben, die sitzen jetzt immer noch in dieser Situation und es wird mittlerweile, das muss man wirklich ganz klar anerkennen, ganz großes Lob für die ganzen zahlreichen Unterstützer. Bundeswehr, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Dankeschön für ein Korni-Riegel, habe ich mir danach, war ich so frei, mir einen mitzunehmen. Die wollten mir noch mehr geben, aber nein, da wollte ich nur einen haben und so weiter. Polizei war auch dort vor Ort, hat aber mehr, ja eigentlich so eine Kontrollfunktion, was weiß ich, und haben geguckt, was gemacht wird, was passiert. Richtig, was unterstützt, wie die Bundeswehr jetzt beispielsweise, haben sie nicht. Aber gut, ist offensichtlich auch nicht deren Aufgabe, ich weiß es nicht, schreibt es in die Kommentare. Aber ich fand es auf jeden Fall gut, dass so viele in Ahrweiler jetzt im Speziellen vor Ort waren und geholfen haben. Ich finde es aber schade, ist meiner Meinung nach nämlich immer noch zu wenig. Was man nämlich auch so gehört hat, dass hier und dort die Leute parat sitzen, bereit sitzen und einfach nur auf den Befehl warten, dass sie los sollen, dass sie los sollen, den Leuten zu helfen und selber nicht verstehen, warum dieser Befehl nicht kommt. Und Leute, es ist unvorstellbar, also ich kann es nicht richtig in Worte fassen. Es ist so surreal, du stehst dort auf einer Art Straße, du erkennst noch, dass hier mal eine Straße war. Warum? Weil links und rechts Gebäude stehen, also muss in der Mitte die Straße sein, aber dann steht dort im Vorgarten ein Auto. Und dann fragte ich die Frau, ja, ist das ihr Auto, ist ja komplett zerstört. Nee, wir wissen noch nicht, wem es gehört. Das muss natürlich dann polizeilich irgendwie übers Kennzeichen ermittelt werden und so weiter. Oder vielleicht kommt derjenige, der Besitzer, der kann auch drei, vier Kilometer weiter weg wohnen, weil es so weit mitgespült wurde und findet es dort. Also es sind Eindrücke, Leute, die kannst du nicht niedergeben, die sind unvorstellbar. Und der Geruch, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, der Geruch, der dort herrscht, logischerweise, weil dieser ganze Wasser, das Wasser, den Schlamm mit sich gebracht hat, dieser Schlamm ist kontaminiert mit Fäkalien, mit Leichenteilen. Teilweise sagte mir ein Feuerwehrmann von der Freiwilligen Feuerwehr, der dort unterwegs war. Dann mit natürlich Benzin, Diesel, Öl beispielsweise oder auch, was ist da noch drin? Alles mögliche, da hat er zahlreiche Sachen aufgezählt. Also man kann wirklich nur hoffen, dass die Leute dort auch gegen zum Beispiel Tetanus eine Impfung bekommen haben und sich da geschützt haben. Weil wenn du eine offene Wunde hast und das läuft da rein, hast du halt ganz schnell auch mal eine tödlich im schlimmsten Fall verlaufende Blutvergiftung und so weiter. Das sind natürlich auch viele Folgeschäden, die jetzt hier noch auf uns zukommen werden. Und Leute, das ist nichts, was jetzt in zwei, drei Wochen erledigt ist oder ähnliches. Die Vorgehensweise, was mir da eine Familie, bei der wir auch im Livestream nochmal einiges an Sachen gespendet haben und abgegeben haben, geschildert hat, war halt, dass sie von der Feuerwehr wiederum empfohlen oder aufgetragen bekommen haben. Alles raus, alles raus, Möbel, alles raus, Bilder an der Wand, also wirklich alles raus zum Rohbau machen die Hütte. Schlamm, Schlamm, alles raus, wirklich Besen rein kann man es nicht nennen, aber so viel und was möglich ist, alles raus, genauso wie auch den Keller. Jedes Haus habe ich da gefühlt gehabt, dass das einen Keller hat. Klar, das sind ältere Gebäude, früher hat man Keller gebaut, macht man heute nicht mehr, weil es zu teuer ist. Nichtsdestotrotz, alles raus, so zum Rohbau, damit es erstmal anfangen kann zu trocknen. Im nächsten Schritt muss dann irgendwann ein Statiker vorbeikommen. Ein Statiker muss prüfen, war der Schlamm, weil der hat ein enormes Gewicht, zu schwer. Und hat gegebenenfalls die Struktur beschädigt oder aber mit der Feuchtigkeit hängt das ja auch zusammen und so weiter und so fort. Wie ist die Struktur des Materials? Könnte das Erdgeschoss gegebenenfalls einstürzen und würde dann quasi der Keller einstürzen? Was weiß ich, da sind ganz, ganz viele Fragen. Ein ganz anderes und ganz grausames Thema, Plünderung. Diese Plünderung, was mir erzählt wurde, ihr wollt es gar nicht wissen, es ist so unfassbar schrecklich, was diesen armen Menschen, die so ein großes Leid gerade ertragen müssen, auch noch durch diese Plünderung angetan wird. Ich habe es in meinen Videos gezeigt, es werden Felgen gestohlen von Fahrzeugen, es werden die Scheinwerfer aus Fahrzeugen rausgeschraubt oder rausgebrochen und geklaut. Es werden aber auch diese Aktionen, die ich euch erzählt habe, und das ist keine Geschichte, das habe ich so gehört, so ist es dort passiert, dass vor ein paar Tagen wohl einige Leute sich dort von diesen Plünderern verkleidet haben als Feuerwehrmänner, durch die Straßen gelaufen sind, Achtung, es geht wieder los, los, alle raus, alle raus. So was gemacht haben, die Leute, die es teilweise geglaubt haben, wie mir erzählt wurde, sind rausgelaufen aus den Häusern weggelaufen und dahinter kam der vermummte Trupp und ist in die Häuser rein und hat geplündert. Das kannst du, das willst du dir nicht vorstellen, weil klar, es sind keine Scheiben in den Fenstern, die sind kaputt. Teilweise haben die Leute keine Eingangstüren mehr, das kannst du dir nicht vorstellen. Da ist offen Holland, auf Deutsch gesagt. Und der ältere Mann, den ich kennengelernt hatte und auch andere, die dann noch in der ersten Etage wohnen, wenn sie im Haus wohnen, ja, die haben dann natürlich da oben ihre Wertsachen irgendwo abgelegt, Bargeld, Schmuck, was weiß ich, alles Mögliche. Und das wird dann diesen armen Menschen noch genommen. Was ist das für eine Welt? Auf der anderen Seite war es wirklich ein Fest, ein tolles Fest, wie sehr der Zusammenhalt der Bevölkerung dort aussah. Wie sehr man sich unterstützt und gemeinsam geholfen hat. Einfach, ey, kann ich dir helfen? Braucht ihr noch eine Hand? Komm, tausche mal einmal. Zum Beispiel bei dem ersten Haus, wo ich geholfen hatte, der ältere Mann, den ich gerade angesprochen habe, der jetzt noch oben wohnt im ersten Geschoss. Nebenbei gesagt, kein fließendes Wasser, keinen Strom. Habe ich auch gefragt, wie machen sie das mit der Toilette? Ja, der hat halt ein Eimer Wasser. Der hat halt für die Toilette, willst du dir gar nicht vorstellen, Leute. Es ist zu unreal. Man kann es nicht in Worte fassen. Ich komme mit der Situation noch gar nicht klar. Ich muss es für mich auch erstmal wirklich selig verarbeiten, was dort abgeht. Und bis dahin, dementsprechend Moneypool ist gestartet. Ihr spendet auch schon fleißig, während ich hier dieses Video aufnehme. Da kommt, ja, sehr geil, schon über 1.500 Euro sind zusätzlich zu den knapp 25.000 Euro schon zusammengekommen. Und den verwaltet komplett der Dennis, wie gesagt. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe dazu aufgerufen, weil ich weiß, dass beim Dennis in guter Hand ist, dass der Dennis das treu verwalten wird. Und dementsprechend, damit können wir einiges bewegen. Wir haben viele Leute gefragt, was sie konkret brauchen, was benötigt wird. Beispielsweise ein Nachbar. Es war ein Unangenehmes. Es war ein Unangenehmes, obwohl wir es angeboten hatten. Sagen Sie, was brauchen Sie? Ein Stromaggregat beispielsweise für einen. Wir werden gucken, ob wir Stromaggregate mehrere besorgen können und verteilen. Weil auch in den nächsten Tagen und Wochen gehe ich davon aus, dass dort kein Strom für alle verfügbar ist. Warum? Ihr müsst die Straßen sehen. Da hängen die Stromleitungen aus dem Boden raus. Da wird jetzt meiner Vermutung nach provisorisch vielleicht überlandend ein bisschen Strom für die verschiedenen Häuser verlegt. Aber das reicht nicht aus. Das dauert. Das dauert einfach. Also Leute, es ist unfassbar. Guckt auf jeden Fall im Olli-Kanal drüben das Video an. Und wir müssen da irgendwie durchkommen. Das ist wirklich absolut unvorstellbar krass. Dieses Ausmaß hat mich wirklich komplett aus der Bahn geworfen. Ciao.